Die größere von zwei natürlichen Zahlen ist das Siebenfache der kleineren. Die Summe der beiden Zahlen hat den Wert 128, wie laut Tendi. Also ich habe zwei natürliche Zahlen, x, y. Und das Siebenfache, das heißt x gleich 7 mal y. Also damit ist x die größere Zahl und y die kleinere. Die Summe der beiden Zahlen hat den Wert 128, also x plus y gleich 128. Damit habe ich die erste Gleichung und die zweite Gleichung. Und ich habe hier ja schon ein x aufgelöst und kann das dann da einsetzen. Dann hier 7y plus y gleich 128. So, die Klammer kann ich weglassen. Also 7y plus y ist 128. Das gibt 8y gleich 128, dividiert durch 8. Damit ist y gleich 16. Und x ist dann 7 mal 16. 7 mal 16 ist 112. Wie lauten sie? Ja, genau. x gleich 7 mal 16. Damit habe ich die Aufgabe auch schon geschafft. x ist 112.